Spur der Wahrheit. Das ist es. Meine Mutter hat es selbst gemacht. Du musst dich irren. Nein, die Frau, die das Medaillon trug, hieß Jeanne. Sie war eine der ersten Arbeiterinnen hier. Ich erinnere mich gerne an sie. Das ist der Name meiner Mutter. Wo ist diese Frau? Ich muss sie sehen. Ich weiß nicht. Sie lebte in einem abgelegenen Haus am Südende des Lagers. Du musst gehen. Der Ferrer wird nach dir suchen. Wirst du allein zurechtkommen? Ja. Ich verstecke mich bis zum Wachwechsel bei Sonnenuntergang und werde dann wieder fliehen. Diesmal kriegen sie mich nicht. Viel Glück. Viel Glück. Ja, das Gebiet verlassen. Die Mission in fünf Minuten wenden, keine offene und schon war es weg. Keiner auf einen Konflikt mit Wachen eingehen. Na gut, dass wir die jetzt gerade so ein bisschen alle weggepeitscht haben. Außer denen da drüben. Oh, das ist natürlich nicht schön. Was machen wir mit denen? Schnell rein. Schnell rein. Nein. Gut gut. Nein. Ich wurde nicht entdeckt. Ich bin gut. So, meine Kamera spinnt schon wieder. Es tut mir sehr leid. Immer diese technischen Probleme, hm? So. Nach Hinweisen suchen die Juhu, die Juhu, Juhu, Jans, 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 Jans. Bitte führen. Adlauge. Ich suche Hinweise. Oh, hier sind ja ganz viele Fußspuren. Aber warum enden die hier einfach mitten am Weg? Ach so, wir müssen ja wieder gedrückt halten. Stimmt, das ist ja dieses Feature des Gedrückthaltens. Ach, mein Gott, diese Kameraposition. Haben wir neue Kamera Connection oder haben wir keine neue Kamera Connection? Ich gucke mal kurz. Ja. Zeigt es mir eigentlich an, dass ich neue Kamera Connection habe. Warum zeigt es das nicht an? Also, ich habe gerade Probleme. Ihr seht wahrscheinlich nur einen schwarzen Kasten. Ah, doch jetzt. Ja, ihr seht mich dann schnell reden. Ah ja. Also, hier gibt es wirklich ein paar Probleme. Es tut mir leid. Aber solange ihr mich hört, denke ich mal, ist noch alles gut. Wir gucken jetzt einfach ganz gemütlich nach einem weiteren Hinweis. Oh, hier sind Leute. Und hier sind Fußspuren. Oh, da ist ein Hut. Ein Hut. Tut gut. Das ist von meiner Mutter. Das erkenne ich wieder. Komisch, wir sind vor uns ja auch lang gegangen. Da war noch kein Hut. So. Zeigt mir bitte einen weiteren Hinweis. Ach, hier. Da. Was auch immer das ist. Was ist das? Das könnte ihre sein. Hinterm Haus gibt es noch einen Hinweis. Und das war eine Missionenspur der Wahrheit. Ich habe hier. Ich habe hier. Ich habe hier. Vielen Dank.